Ich kann leider nicht in Duisburg sein, weil ich in Hamburg arbeiten muss. Aber wie es schon auf dem Plakat steht, wir werden heute dem HSV zeigen, wo dieses Meidrich liegt. Das ist ja eigentlich eine Geschichte von Uwe Seeler. Die stimmt aber gar nicht. Der Busfahrer wusste nicht, wo Meidrich liegt, weil Uwe Seeler war x-mal in der Sportschule Wedau. Also das haben mir jedenfalls diese beiden Duisburger Fußball-Ikonen gerade hier im Schmidt-Theater erzählt. Wen wollten Sie grüßen? Also ich würde ganz gerne den Bernhard Dietz grüßen, hoffen, dass er gesund und munter ist und alles Gute wünschen. Und ich grüße alle Duisburger Freunde. Und der HSV nimmt die drei Punkte mit wie immer. Das denken die, aber wir ihm auch sein. Unentschieden wäre schon schön. Der HSV steigt sowieso auf und der MSV braucht die Punkte. Richtig. Sie kommen doch was essen, Sie müssen doch... Ja, wir drücken die Daumen jetzt, wir drücken jetzt die Daumen. Also so können wir es lassen. Ja, das ist ja echt ein Hamburger geworden. Ich zahle auch in Hamburg Steuern. Ja, ja. Das soll doch keiner sagen. Schleif Gott doch mal.